hey freunde der fantastischen disney wälden ich heiße euch herzlich willkommen zurück bei kingdom hearts 2 wir sind im königreich disney verlorene seite aus marins buch sehr schön sehr schön wir haben wir kaufen item herstellung wir haben vom elixier immer nicht materialien sammelziele freudenschlitter die muss ich noch machen mitternachtskettchen können wir machen vielleicht ein vorfall des königs es ist etwa der könig nein er scheint zu beschäftigt mit putzen sein er kann jetzt nicht mit deutsch sprechen sieht aus wie ein brief an jemand das muss blutow gehören das schloss disney wird durch magische kräfte geschützt das schloss der magische kräfte der magische kräfte wir sind zurück Wo ist der König? Entschuldigung, das ist unser Freund Sora. Sora! Der König erzählt mir alles über dich in seinen Lettern. Er sagte, du bist ein sehr brav junger Mann. Also, wisst ihr, wo er ist? Scheinbar nicht. Die Majesty, was ein Heartless doing in your castle. Oh my, so those are the Heartless. Don't worry, we'll take care of them. I know I can count on you, Sora. Now, there's something I'd like all of you to come and see. Would you please escort me to the audience chamber? I forgot to warn everyone else in the castle about the danger. We must be sure they're hidden somewhere safe. Okay, we'll go tell them. The old castle? We just gotta split up, Donald. I'll make sure that everyone knows what's going on. No, Sora. You just get lost. Okay, then I'll stay with the Queen. Good. Alright, then, see you later. The audience chamber, right, ma'am? Yes, Sora. Let's be on our way. Karte, Schluss, Disney. Okay, wir sind alleine, also das heißt... Luftliebe, Dreh und Ohr. Sportsfreund, definitiv. Kombo Boost. Ich brauche mehr AP. Ich will alles haben. Kombo Boost Sportfreunde Level 2 Warte, ich nehme mich jetzt. Durch das Springen. Audienze, geht es durch die große Tür im Wendelgang? Beeilen wir uns, Zoran. Ja, Königin Mini. Verdammt alles, was ist das? Also, nicht auf Königin Mini. Nee, ich auf Königin Mini. Alter. Ah, das ist ein Teeth. Haha. Hier! 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 Wir haben Mini! Ziel einlau! Schön, diese kleinen Mini-Games. Das hast du gut gemacht, Mini. Jetzt dann. Schaut wir? Eine Riesentür. Jetzt... Jetzt heißt es, du noch in die Audienz zu gehen. Eilen wir uns so! Eine Riesentür. Und dann... Jetzt eine kleine Tür auf. Oh. Nicht hier auch! Ich habe ihn. Jetzt hätte ich es so gerne. Hier! 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 Damit bekomme ich nicht so viel Schaden. Achso, ich muss noch mal heilen. Äh, weg da! Wie können wir nicht auf alle ausschalten? Ich glaube, ich komme nicht mehr so gut rum. Genau, hier halt. Und... Das soll herkommen. Oh Mist. Oder da? Da kommen wir noch ein bisschen näher. Das soll herkommen. Let's go! Down. Den letzten krieg ich glaube ich auch alleine down. So. Wir müssen ja ein bisschen zusehen, dass es hier im Schloss Disney sauber ist. Und wenn wir schon die Möglichkeit haben, hier mit dem Mini. Fragbare Assessors. Auto. Rufen. Komm schon, gib mir einen Freude. Was ist das? Was ist das? Wow. Ist er nicht auch alleine hingekriegt? Eckstein, Eckstein. Alles muss versteckt sein. Sorry. Oh, es sieht aber nicht gut aus. Oh, es sieht aber nicht gut aus. Oh. Malificent. Malificent. No way. Well, well, well. What have we here? If it isn't the wretched Keyblade Holder and his pitiful lackeys. What? Now you're gonna deal with me. All in good time. I promise you'll be able to partake of my vengeance. But you must be patient. Just what are you doing here, Maleficent? Ah, Queen Mini. Radiant as always. I'm here on a property venture. I want this castle for my own. However, it's a bit too bright for what I have in mind. I suppose I'll just have to fill every room with my personal touch of darkness. You'd better stop right now if you know what's good for you. Ooh, how frightening. Very well. I shall stop. Just as soon as the castle belongs to me. Ha, 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 ha. Auf geht's. Also, zurück nach Hollow Bastion. Äh, würde ich aber so machen wollen. Es wurde ein neuer Episoden zugrückt. Ah. Es wurde ein neuer Episoden zugrückt. Was ist all das Racket? Oh, ich dachte, oh, es ist dich. Es sieht aus, dass du ein bisschen gelernt hast, seit der letzte, als ich dich gesehen habe. Wirklich? Ja. Warte mal. Warte mal. Wir sprechen über das Problem. Es ist Magnificent. Sie ist zurück. Wo? In das Kastel? Ja. Und Hurtlös auch. Oh, liebe. Magnificent. Hurtlös. Und jeder in der Kastel. Sie sind in der Kastel. Sie sind in der Kastel. Was? Ja. Vielleicht besser ich nur sehen für mich. Hm. Interessant. Was ist passiert, Merlin? Das ist nicht gut. In fact, ich glaube, es ist ziemlich ernst. Was ist das? Mein Junge, das ist ein Weg zu einem besonderen Welt. Wie geht es auf diesem Welt, in der Kastel geht? Das ist wichtig. Das bin ich sicher. Oh, nein. Wir wissen, dass wir ihn ausprobieren können, Merlin. Dann sollten wir ihn dann gehen. Warte mal. Die Perfektoren müssen natürlich zu sein, aber... ... ist etwas anderes zu machen erst. In diesem Welt, sollte man eine andere Tür ähnliche zu dieser. Ich glaube, dass unsere Feinden die Tür benutzen diese Tür. Wenn es nicht öffnet ist, der Kastel wird in riesige Gefahr. Es hört sich vorsichtig, Sorra. Du musst diese Tür finden und wenn du es tun, lockst du mit deinem Kabel. Ah, Lestler. Ich habe es. Ich habe es. Und jetzt noch eine Sache. Du bist in eine sehr spezielle Welt. Während du da bist, kann die Natur dieser Welt etwas schmerz machen. Du musst diese Temptation auf alle Kosten resistieren. Was meinst du? Du wirst es bald wissen. Ich habe Vertrauen in dich, meine Damen. Kann ich mich an alles nicht wirklich mehr erinnern? War da wirklich eine komische Welt? Ich glaube, ich bin nicht so beträgt. Ja! Hey! Hey! There's the cornerstone of light! What's going on? Everything's black and white. Oh! Was ist das Problem? Deja vu? Really? Have you been here before? Hey! Seidt ihr die schlechte Leute hier oben? Haha! Why, I oughta... Nah, I don't have time to waste on Punks like you. So, I guess, I'll go easy on you. Ah... Ah... Diese Welt ist toll. Karte! Hügel des Ecksteins. Weil ich hatte ja... ne Idee, was es für ne Welt sein könnte. Das ist der Platz, wo Schlosslisten errichtet werden wird. Jetzt ist hier nichts als ein leeres Schloss. Das wird ein Riesenschloss. Das wird ein Riesenschloss. Ich hoffe nicht. Ah, gut. Ich hab schnell den Weg bekommen. Schloss Disney. Baustelle. Landungssteg. Okay, so. Komm ich nicht. Ihm reden wir gleich. Ich will erstmal alles hier sammeln. Entferkarten Schilder für Bootsfahrten. Was ist mit ihr, Schwartz? Hast du eine Art von Booten mit mir zu holen? Mehr als eine. Dems, kämpfliche Worte! Huh? Nicht so schnell. Waaah! Was ist das, Papa? Was ist das, Papa? Was ist das, Papa? Das! Wir kennen uns erstmal ganz kurz gegen Carla. Das! 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 Was glaubst du mit mir ab? Hmm! Wer sind Sie? Wer sind Sie? Sie sind hier? Cut the act! Woah! You know, something doesn't seem quite right here. Are you sure you're Pete? Well, of course I'm Pete. I'm the captain of the steamboat. So stop bothering me, see? So hit the road! I gotta go find the little runt what stole my boat! Of course, maybe we made a mistake. I'm starting to think the same thing. He hasn't even called any heartless. Sorry we attacked you like that, Captain Pete. Oh yeah? Well, if you're really sorry, then go find my steamboat. Yes, sir. Oh, but he could back! Plus der Nostalgie. Wir sind nämlich jetzt in der Anfangszeit. Und ich war mir sicher, dass Carlo der Übeltäter ist. Ja, aber das wäre auch schon einfach gewesen. Na komm, versuchen wir das am Dampfschiff zu finden. Oh, juck! Das haben wir wohl versprochen, was? Schön, aber wir müssen doch noch diese Tür finden. Ganz genau. Ich sehe keine Tür. Weit und breit. Hm, was ist das? Ah, okay. Da ist nichts zu sehen. Ah, da sind Herzlose verschwunden. Die sind verschwunden, als wir gekommen sind. Hey, schau! Da ist die Körnerstelle der Lichter. Was ist passiert? Alles ist schwarzer und weißer. Wann bin ich ja? Was war das denn? Wird's losgehen? Und wir kommen. Und wir kommen. Was hat das zu bedeuten? Oh, geht noch einmal. Wir müssen jetzt diese Einzelnen bilden. Los, entledigen wir uns dieser Herzlosen. Und was du? Darüber machen wir uns dann Gedanken. Gut, wissen wir ja, was wir als nächstes machen. In der nächsten Folge von Kingdom Hearts. Bis dahin. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß dabei. Und ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen! Bis zum nächsten Mal.